Wie der Vater, Soda-Sohn, Justin Kluwer-Wirt, 18-jähriger Sohn von Holland, Legende Patrick 41, gilt so und seit längerem als die nächste Großnachwuchshoffnung von Ajax Amsterdam, sein Können ließ er bei seinen bisherigen Profi-Einsätzen immer wieder aufblitzen, wird der Junior sogar besser als sein Senior. Patrick Kluwer-Wirt spielte von 1998 bis 2004 beim Barcelona-Fotou-Fu-Mei-Pefa-Ex-Chater-Stock-Ein-Inner-Kategorie überholte Justin seinen Vater nun bereits beim 51-Sieg gegen Roda Kakade lieferte der Teenager ein egaler Vorstellung. Gabo der zielte seinen ersten Dreier per kinderholländischen Arredivisie ein Kunststück, das Patrick Kluivert ins einer langen, erfolgreichen Karriere nie gelungen war, dass die drei Treffers kleinen Kluiverts keinesfalls zu Fall waren, zeigt das Video oben. Dribbelstärk und mit einem unbändigen Zug zum Tor ausgestattet, ließ die Stop-Talent seine Gegenspieler stehen und vollendet eiskalt mit unhaltbaren Abschlüssen. Justin Kluwer wird durch lieferle Jugendmannschaften von Ajax Amsterdam, spielt seit Januar 2017 für die Profis-Fotowitters. Wie lange Kluwerth wohl noch bei Ajax bleibt? Erste Gerüchte um ein Interesse englischer Top-Clubs gab es bereits unter Beraterts 18-Jährigen ist der berüchtigte Mino-Royola Teilen wird Anteilen auf Google per WhatsApp verschicken per Mail versenden.